Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die... Matilda! Genau! Wir versuchen jetzt mal eine vernünftige Runde zu machen. Einen schicken Dinner hatten wir ja schon. Ja. Und dazwischen hatten wir viele Verbindungsabbrüche und, ja, anderweitige Probleme von PUBG. Kennt man halt, ne? So, ich glaube, jetzt müssen wir mal... Und ich wette, mit dir, da springen sie alle ab. Garantiert, die wollen alle oben auf dem Lügelhof. Ja, auf dem Berg des Grauens. Deswegen springe ich da nicht weg. Ja, aber ich wollte... Ja, du machst wieder eine... Nein, eine One-Man-Show, oder? Du machst wieder Rambo. Ja, ist auch gut. Ja, hier springen sie wirklich alle ab. Oh, ja. Und ich bin jetzt auch mal ein bisschen abseits. Dufe ist, hier sind so viele Bäume dazwischen. Kein Schusskegel. Ach, fuck. Fast unser ganzes Team ist gerade gestorben. Und bei dir ist ruhig? Jetzt gerade ist es hier ruhig, ja. Es sind ja alle ruhig, wir müssen kommen. Mhm. Unser Team ist wieder weit hinten. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020